Und weiter geht's. Alles klar. Jetzt wird's hier schon ein bisschen schwieriger. Okay. Hier sind noch Pfeile, die ich nicht mitnehmen darf. Hier ist nichts mehr. Ist gut, dass die Sachen jetzt... Oh! Cockpeas! Das sind kleine Dinosaurier. Fleischfresser. So, um die mal. Zack, zack, zack. Boah. Gut. Hier müssen wir hoch. Ich bewege mich echt flugs. Also die Steuerung geht auch echt smooth. Klar. Es gibt keinen Fallschaden, ne? Nochmal Cockpeas. Velo! Geil, Alter. Den gönne ich mir. Alles klar. Tschüss, ge? Und so. So. Okay. Du bist auch tot. Das ist lustig. Man kann die Pfeile... Boah, schade. Den gerade eben konnte ich einsammeln, den nicht mehr. Aber ist genug... Äh, ist egal. Es liegen ja genug da. Zack. Gut. Hm, hm, hm. Wow. Gut. Ich bin Turok. Ich bin Turok. Ultra-Health. Nice. Ich bin Turok. Schreit da voll rum, der Boy. Vielleicht geht's einfach mal weiter. Schon passen. So, tschau. Okay. Gut. Du machst das auch nicht mehr. Okay, da oben sind noch ein paar Sachen. Ich guck mich nur noch ein bisschen um. Dass ich auch wirklich nichts verpasse. Es ist gut, dass die Sachen angeschrieben sind. Sie haben gelernt. Weil, also, ich sag ja, die Spiele werden immer leichter. Weil früher hat man wirklich alles suchen müssen. Kann ich da mit nem Pfeil reinschießen? Nee, komm ich da irgendwie hoch? Gut. Boah, da drüben. Ähm. Ich werde nochmal mit dem Pfeil drauf. Zack. Ah ja. Nur Pistolen, Munition. So. Okay. Gut. Gut. Nein. Oh. Aber ist ja wurscht. Kann auch hier seitlich hoch. Habe ich jetzt auch mit dem Sprung geschafft? Ah, ne Energiezelle ist hier erforderlich. Interessante Geschichte. Uah. Muss ich ganz kurz kratzen. So. Weiter geht's. Ja. Gut. Boah. Pumpe. He he. Geil. Die Energiezelle haben wir. Oh. Getroffen. Sogar getroffen. Also man zieht im Spiel schon noch an, dass es alt ist. Ja. Also es ist zwar remastered worden. Ähm. Aber es ist kein Remake. Es ist nur ein Remastered. Und. Und. Ein Warnturm noch. Also. Ein Turm noch. Das wird der hier sein. Gut. Der ist tot. Oh. Okay. Da brauche ich die Energiezelle. Da ist wahrscheinlich eine drin. Alles klar. Ich bin so dumm. So. Die letzte Energiezelle. Zack. Aber uns fehlen noch. Etliche Kinder. So. Okay. Gehen wir da hoch. Uns fehlen wirklich noch sehr, sehr viele Kinder. Wir haben bis jetzt erst eins. Gut. Zack, zack, zack. Nice. Einmal. Nein. Oh. Zweimal. Egal. Ich habe es noch bekommen. Da ist noch mal eine Knarre. Da ist noch mal eine Knarre. Oh. Oh. So. Wie komme ich da hoch zu dem Boy? Oh. Oh. Okay. Gut. Oh. Was war das hier? Zack. So. Perfekt. Okay. Ich habe jetzt hier. was aktiviert. Und würde gerne wissen, wo jetzt was aufgegangen ist. Ich muss da weiter zurück. Oh. Nice. Das ist gut, wenn man ab und zu mal zurück guckt. Ne? Ah. Komm jetzt nach oben. okay okay alles klar gut ich glaube nicht mehr dass wir dann zurück müssen ich glaube wir müssen wirklich nach vorne das ist hier da sind auch noch sachen im wasser jawohl und ein weiteres leben so durch den um einiges schnelleren download und dem einige schnelleren upload werden hier die folgen rausgebildet sozusagen ist ja jetzt kein problem mehr versteht also ja gut ok jetzt ist gut gut hier sind jetzt noch die dinge die kann ich mir holz okay ich mache es hoops nein dazu lebt ich glaube der gar keinen schaden davon genommen gut zack 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 Und tschüss! Hat hier schon lange überlebt, der Boy. Wollen wir mal. Oh, ohne Probleme. So. Danke, Turok. Das weiß ich auch noch. Vor nicht allzu langer Zeit war das Spiel ja... Also, es gab es auch auf Deutsch. Okay. Hoffentlich finden wir hier nochmal ein Kind, weil uns fehlen jetzt noch zwei Kinder. Level 2 Schlüssel. Perfekt. Da kann ich hin. Optimal. So, okay. Wir versuchen wirklich alle Aufgaben zu machen. Okay. So, skit. Okay, ich gehe da aber noch nicht durch. Gut. Oh, ein Tech-Bow. Nice. Ja, alles klar. Oh, jetzt will ich aber bekloppt gehen. Okay. So, okay. Okay, muss ich einfach nur die zwei Leute besiegen. Ganz kurz auf die Uhr gucken. Weiter geht's. Okay. 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 Ist das irgendeine Fähigkeit, die ich glaube noch nicht habe? Hm. Als ich auch noch nicht so ganz verstehe, das Spiel hat eigentlich 20 Euro gekostet, also 19,99, aber als ich das mit Paypal gezahlt habe, habe ich nur 14 gezahlt. Also ein 14,99, seltsam, finde ich. Okay, wir gehen jetzt hier mal weiter, jetzt wird die Karte echt groß, uah, okay. So. Aber, gut, den Baupunkt merke ich mir mal. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Jawoll, zack. Errungenschaft, jetzt habe ich es nicht gelesen. Primal Gem hat also das Schlüssel hier alle in der Map versteckt. Äh, nicht alle, aber in Maps versteckt. Zeig mal so. Mhm. Dann kann man raus. Hier kann man hoch. Guck mal noch, was hier so geht. Nichts. Nichts. Okay. Dann können wir wieder hoch. Schade. Hätten wir auch vorher schon machen können. Ist nur noch der Schlüssel. Dann können wir ja weitermachen. Wie ich da reinkomme, würde mich auch noch interessieren. Unglaublich. Guck halt, das Spiel. Guck, 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 guck. Guck mal kurz rein. Zack, zack, zack. Ich bin Turok. Wenigstens weiß er, wer da ist. Das wäre auch ein cooler Follower. Cooler Follower-Sound, sag ich jetzt mal. Okay. Das weiß ich leider nicht, wo man da reinkommt. Und das würde mich auch noch interessieren, wo man hier hinkommt. Ah ja, das ist das. Okay, das ist das. Damit können wir jetzt leider noch nichts anfangen. Und gehen mal weiter. Okay. Da war ich auch schon drin. Perfekt. Kontrollpunkt haben wir auch mitgenommen. Dann gehen wir mal hier rein. Ah, nochmal ein Tech-Bow. Wir nehmen uns hier die Explosiv-Geschosse mit. Ich renne hier noch ein bisschen hart mit dem Ding rum. Zack, zack. So. Gut. Oh. Oh nein, ich habe es nicht geschafft. Ja. Ganz knapp. Okay. Nochmal eine Taschenlampe. Hier geht es hundertprozentig auch zum nächsten Kind. Okay. So. Ah ja. Okay. Ja, kommt her, Bruders. Okay. 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 Ja, ich bin schon auf dem Weg. Achso. Da ist ein Schalter drin. Zack. Okay. Und hier ist nochmal ein Schalter. Ich habe die Level irgendwie kürzer in Erinnerung. Gut. So. Perfekt. Käfig offen. Dann können wir mal zu dem Käfig. Und das letzte, äh nicht das letzte, das vorletzte Kind. Auch befreien. Kein Problem. Eins noch. Dich finden wir auch noch. Ups. Jetzt soll ich nur noch den Weg rausfinden. Genau. Und zwar hier.